So ihr Schlingel, ich hoffe ihr habt einen schönen Ostern, habt es euch gut gehen lassen. Bei mir im Shop läuft noch die Froh-Postern-Aktion. Fünf limitierte Motive, handsigniert per Zufallsprinzip zu eurer Bestellung dazu und ab einem Bestellwert von 65 Euro könnt ihr euch aussuchen. Eine Lassim-Baumel-Cap oder das jetzt schon legendäre Sturmfeuerzeug im General-My-Devil-Design. Die Aktion läuft auch bis zum 2.5. Und wer von euch noch ein bisschen Ostergeld übrig hat oder ähnliches, oder sich was gönnen will, wie gesagt, bei mir im Shop läuft noch die Aktion. So, gehen wir rein in die Reactions. Wie viele hattest du? Beach-Umfrage Miami mit Tom. Er wurde gerade exposed auf Twitter. Oh mein Gott, Digga. Er verarscht Cutter, bezahlt seinen Cutter nicht. Bruder, das ist nicht mein Problem. Da haben wir aber ganz ungünstig gestoppt gerade. Hihoooo! Rass geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zum Video. Wir haben ja übliche Frau noch. Oh, ich bin ein Kind und du ein Mädchen. Das ist ein Kind. Ein Kind, ein kleiner Kind. Du hast ein bisschen, ähm... No, es ist Kokain. Sunscreen. Es ist Kokain. Es ist ein Sunscreen. Er denkt, er... Ist das die aus dem letzten Video? Nee. Er ist lustig. Ja? Ex-Kirosi, Alter. Weiter guckt sie euch an. Nee, nee. Ja? Goodbye! So sieh's nämlich aus, Freund. Wir machen Miami Beach. Geht weiter. Nein, Tom hat doch nicht zwei Tage hintereinander das gleiche T-Shirt an, Bruder. Zweite Runde, bisschen einfach Fragen. Na gut, aber hart auf hart, wenn er seinen Cutter nicht bezahlen kann, Bruder, dann vielleicht auch zwei Tage am Stück das gleiche T-Shirt an. Weiß nicht ganz genau, Bruder. Fragen über Fragen. Weiter geht's. Weiß nicht dumme Fragen stellen. Ich würd' sagen, it's go! Oh, hey! Hallo! Hallo, madame! Where are you from? Brazil. Oh! But what are you doing here? Karneval is in Brazil. Just relax a little bit. How many did the flight cost? I don't remember. Long time ago. Since when are you here? Yeah, yeah. How long? More than a year. More than a year? Is this your boyfriend? No, my friend. What type of man do you prefer? Like... I'm okay for now. I just broke up. Woo! Baby! Wow! Zack, 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 zack! Guck mal, Viga! Can you do like twerking or anything like this? That's not Greek. Schönen Körper hat der auf jeden Fall. Das muss man mal ganz objektiv betrachten, weil wir sehen den ja auch im Bikini. Eine schöne Bräune hat der auch auf jeden Fall. Do all people from Greek have done this? A lot of times before. I'm sure, but I'm okay. How many inches do you need? Come on. Like height. Taller than me. And at the bottom? Fuck. You can be number here. Bro! Yeah! But what happened to you now? Try sunscreen for the first time. You did cocaine? Fuck no. Nah. Or did a woman sit on your face? We ain't gonna speak on that. We ain't gonna speak on that. How many girls? How many girls did you have, man? How many girls? Yeah. I can't count on both my hands, you know what I mean? How many inches do you have? About like eight. Eight? Eight's the perfect number. I ask what? They say eight. Body count, how much? Body count? Shit. Double digits, like 15. Fifteen is good, my man. When did you first make Bunga Bunga? I know the ball right now. Twelve. Yeah, sex with twelve. Oh, you don't know it? With twelve have played Playmobil. You know it. Who? Milf? Nah, nah, nah. That would have been illegal. She was thirteen. Shit. I was twelve, she was thirteen. And that was my friend. I was twelve, she was thirteen. And that was my friend. But, um, today? Are you talking about this week? Yeah, this week. Oh, shit. Yeah, never mind. She was not thirteen. I don't know what's happening there, man. What's up? Bro, what happened to your neck? It's like sunburned. Yeah, it is sunburned. Yeah, it is sunburned. You like... Hell yeah, I like... Runs in my arse. Say it in the camera. Oh, I don't know if I can say it. Are you gonna be on YouTube? Yeah. Can I, like, find you on YouTube so I can see myself? Can I kiss you on YouTube? Okay, let's go on. Excuse me, girls. Where are you from? Minnesota. What? Minnesota. Venezuela? Minnesota. Ah, I'm from... Bruder, that is... Also, wo bin ich da gelandet, alter? Bruder, da wird aber mein Ferndlas anders beschlagen, alter. Mississippi. That's cool. No, I'm not. The question of the episode is... What type of boys do you prefer? Like light skin or like me? Like, uh, white with brown hair. Do I have... Was, was, was? Weiß und braune Haare. Bruder, what's los? White with brown hair. Do I have brown hair for you? Do I have brown hair? Areva? What else? Tall. Like, play sports. Okay. Ja, bruder, da sind wir dann an der Stelle raus. You? Really? Yeah, yeah. I played football my whole life. That's awesome. You also need abs? Abs? Yeah. Da sind wir auch komplett raus. Muscular, just athletic. How many inches do you need? Oh, hey? Oh, hey. Yeah, hey. Yeah, hey. Oh, hey. Um, like 6... 1,8,7. Da sind wir wieder drin, Kapi. Okay, you play like volleyball or anything like this? Yeah, volleyball. Do you have a volleyball? No, we don't have a volleyball. How tall are you? Yeah. I'm like 6 feet 1. What's your butt count? Yeah, no. Zero. Waiting till marriage. You never had? No, never. Bruder, das ist halt auch normal, dinge. Ja, die Frage ist, ob man jetzt das glaubt oder nicht. So, aber warum sollte sie lügen? Sag dir ehrlich. Is this a normal dance? Yeah. Is this very normal for you? Oh yeah. In Germany it's not normal. Oh, it's normal in America. But it should be. Come to them. Big Mac, mach mal, buch mal den Flugdecker. Ich flieg morgen los, Bruder. Sofort. America. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tom sieht sich dann in dieses andere. Das sieht wirklich so aus, als wenn er reingefotoshopped worden ist. Excuse me, miss. Do you have a preference at boys? My boyfriend. Is he light still? No. White. Light eyes. Does he have, uh, muscles? Yeah. How many inches? How many inches? Oh, 10. 10? Is he here? No. 26 cm, decker? Holen sie gleich ein Pferd aus dem Stall oder was? I wanna check it. Come back in 30. I will be back. Can you dance? Yeah. Can you show us? Negative. Negative. Ich hab gehört, hier sind viele Hispanic-Girls am Start. Hispanic steht für Spanisch. Eigentlich gar nicht, ne? Aber ich weiß nicht. Wir gehen mal rein in den Haar. Excuse me, miss. Can I ask you something? Where are you from? Baltimore. Baltimore. Baltimore? Yeah. You have Hispanic roots? No, I don't. It's good that I'm columbian. But I look columbian. I can be. You have some special talents? Yeah, I've got a lot. But I, they're not public. Can you? I keep them private. Like, yeah. Deepstroke? 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 Deepstroke. That's a talent. I f*** with the Prada. I like it. Thank you. I like your cap too. Thanks. And your bikini. From the back. Okay, thanks. Oh man, you have a talent? Spotify, I do. Let's go. I could freestyle right now. Freestyle, man. I'm chillin' with the beach. I'm up with my... So respektlos von Tom, dass er den Titanic-Beater unterhaut. Yeah, yeah. Up and rock bar, about to get the broly. No, no. About to drink the out. About to go crazy. About to get famous on my man's. What's your name? Tom. On Tom's YouTube channel. He's gonna blow up. I'm gonna blow up. On the come up 2022. If you didn't hear it now, then you're gonna get the views. What are you playing? Can I get one card? How does it work? Is it like a truth or do? Or like things like this? He made them. Oh, you made it? Yeah, look at this design. It's so good. Yeah, cool. But let me play it. Or that was his advice. Look, I made cards. Because he doesn't have a handbook. That means he doesn't belong there. So you have to answer this question. I do. Have you ever sucked in the first night? Yes. Das Kartenspiel wird Amazon Bestseller. Copy. Probably yes. Nein, nein. I never did. Just put flicking on the first night. Habe ich auch nie gemacht. Bin ich ehrlich. I just had three girls in my life. Three girls in your life? But I loved them. Who gave you the best? Oh, there's no question. It's my girlfriend right now. It was crazy. And who? Oder er will dieses Patent anmelden auf sein Kartenspiel, digga. Give you the best bet? Me? Yeah. She? No! Why not? Our lips are sealed. Hello there. New card game. You can play with your friends. Super fun. You had fun last night? Yeah. With who? My friend. Oh, you're lesbians? No. Not lesbians. We're just roommates. Stepsister. Stepsister. But you're here to flirt with boys? Yeah. I'm here to flirt with boys. Yeah? No boyfriend. You think I'm a pretty boy? Yeah. Danke, das wollte ich nur hören. Heute kann ich wieder gut schlafen, Leute. Ist so. Was einfach hier schön ist, digga. Komm mal mit. Wir spielen einfach die... Das ist schon... Also, Bruder, der soll jetzt nicht sich doof anhören, aber er ist schon moderner Puff da, der Strand, ne? Frauen mit den Jungs Fußball, digga. Ey, ich hab noch nie ein Mädchen Fußball spielen. Can I play with you? Uh... Can I be part of it? Yes. Okay, let's go. Where are you from? Why? Where are you from? I'm from Sweden. Sweden? You play in a football team? Yeah, I do. Yeah, digga. How much? How much? Just a feet. Nice. Good bye. Wodrauf ich auf jeden Fall überhaupt nicht klarkommen, Tom, und dafür... Bruder, wie kann man bitteschön bei dem Wetter am Strand Schuhe und Socken anhaben? Digger, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist aber wirklich bodenlos, digga. Oh, Bruder. ich kriege dieses Wallпер. Digger? Digger, du kommst mal partir honestly. Die Bruder wollen tuscheib ich mal. Wie merische wie er daним lässt. Wie man galtschein Scheziplmern so werden? Mit einemangiplan? Mit einemangiplan? Mit einem grammaanaantuckerei oder ich klarkoße.... Ach, nicht so! Mit eines Keepbautes. Das ist was ich malizon da sind bei den DMs hier bei mir. Bevor würde ich sagen das bei mir an einem academics? Ich habe nie gesprochen von Strangers online, aber ich denke, ich mache eine Exception für dich, Babygirl. Bei dem neuen Einwohner soll es sich um einen verurteilten, nun aber freigelassenen, vielen Straftäter handeln, der rund um die Uhr auch von der Polizei bewacht wird. Das fand ich jetzt nicht so witzig. Ja, ich will in der Videobeschreibung. Du hast eine Pick-up-Line von mir. Bist du aus Mississippi? Nein. Weil du die einzige Miss, die Piss ist, ich sippi. Ich glaube, der war geil, Digga, oder? Kannst du einen kleinen Kiss in der Kamera machen? Wie, ich küsse dich? Ich küsse dich. Ja. Ja, das ist ich. Du wirst wahrscheinlich fragen, wie ich in dieser Situation endete. Bist du ein Toaster? Weil wenn ich es für dich zu tun habe, denke ich, ich würde in den Himmel gehen. Das funktioniert niemals, aber ich liebe es. Ey Leute, was geht? Elutrix ist hier und so und jetzt nehmt erstmal euren Penis in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung. Der kam unerwartet, sie sahen sich zwar überhaupt nicht ewig, aber egal. To say something to you. Are you from Mississippi? No. Is you the only Miss, who is Piss, I sippi? What? Say it again now. You want me to say it again? Yeah. Are you from Mississippi? No. Because you're the only Miss, who is Piss, I sippi. Oh, cool. Love that. Was this good? Yeah, I love that. Would it work, when you were in the club and dancing and mm-mm? No, never. Literally, no, never. Is it because he's ugly? No. Man sieht, viele schießen ihren Schuss. Mich interessiert es aber, wie sie es anstellen. Man sieht hier, er kommt, glaube ich, eher über die Freundschaftszene. Ein bisschen so freundlich sich an dieser Dame ranmachen. Wir fragen nach. Excuse me? Are you flirting right now? No. You try to be her friend? She's my friend, yeah. Ah, you are friends already? I'd say we're friends, yeah. Do you like her, like on the outside? Yeah, she's beautiful. Okay, what do you think about him? He's very attractive. Yeah, touch his belly here. I'm not touching his belly. Why not? I don't have permission. Do you like... I mean, you can touch my belly if you want. You want me to touch his belly? Yeah. Why don't you touch his belly? I can touch his belly. Now you do it again. Oh, baby. Siehst du, so schnell wird man hier auf eine neue Ebene gesetzt. How many inches do you need? How many inches do I need? I'm not sure how many inches do I need. How many did you have already? Digger, Tom is so ehrenlos. Digger, die machen hier gerade einen Klönschnack. So auf Kennenlernbasis. Und da kommt ein Typ, der gerade... Soll... Digger, es ist bodenlos, Digger. Look at you laughing. I'm not answering an inches question. Why? I'm not answering an inches question. Und er denkt so, wieso beantwortet sie das nicht? Hat die schon so viele gehabt? What are you talking about? At the height? His height's perfect. His height's great. Oh. Guckt ihn euch an. Bruder, so fühle ich mich, wenn ich... So fühle ich mich, Digger. The Rock. Are you training, man? No, man. Not today. We're just a little so fucked up. Yeah. We're not training today. No, you have a nice body, man. How much did you bench press? 300. That's nothing for me. Come over, come over. How much did you bench press? 405. Oh, man. Oder stabile Körper. In der heutigen Zeit, Digger, weißt man nicht, ob die spritzen oder nicht, weil das ist ja so gefühlt schon was normales geworden, aber an für sich haben beide einen schönen Körper auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, sein Körper für ihn noch schöner, weil er noch ein bisschen weniger dezenter ist. Public figure, man. How many subs did you have? You sub? I'm over 50. Keine Ahnung, wie viele, aber es ist gut. Are you the Rock? No, I'm not the Rock. I'm just a public figure, man. How many subs did you have? You sub? Uh, over 50k. I have 500.000. You're a beast, bro. Yeah, I'm the Rock, man. Ah! Hey, Digger, man, geht nur eine Banane ist, man ist direkt wieder raus. Ich kann Englisch nicht sprechen, Digger. Ich war da richtig nervös, aber dann hier die Boys-Fran. Hello, Boys. Can I ask you something? Yeah. What's your name? Max. You popped some P*****s tonight? Uh, I hope so. Ah, you already did? Yesterday? Yeah, but not really. Do you have a pickup line for me? Oh, okay. My friend wanted me to come over and get your phone number so he'll know where I am tomorrow morning. I got one. I got one. I got one. I feel bad for our future son. And she goes, dot, 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 why? And I go, because he's going to get bullied for having a MILF as a mom. When you were in the club and dancing and shaking and he would drop this to you, would you say, yes, I will come and f- Oh, I'd be like, yeah, 100%. Yeah, I loved it. Can you jump? Can I jump? I can't jump. I don't know how to jump. Look at you, Digger. Why flirten? Man könnte, man kann's ja mal probieren. Jungs, wir sind dran. Man kann's ja mal probieren. In jedem Alter ist alles möglich, Freunde, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Guck ihm dir an, wie er sieht. Uiieieieieieieieeie. Excuse me, Miss. Do you think he's sexy? I have a boyfriend. Jungs, wir sind wieder raus. He's way too old. What do you mean? Just how old you feel. For me personally, like anyone can do what they want, but for me personally, he's a little too old for me. Do you like this man you talked to? Do you think he was too old? No. He seems like a nice guy. You have like a preferences at men? Like a type? Yeah. Probably my boyfriend. Oh, what's your boyfriend? Is he a light skin? Yeah. How many inches does he have? 9.5 9.5, holy! So will you enjoy it? Yeah. Yeah? Nein, me... Was? Wie viele? Was? Yeah. Probably my boyfriend. Oh, what's your boyfriend? Is he a light skin? Yeah. How many inches does he have? 9.5 9.5, holy! So will you enjoy it? 25 cm. Also, Jungs, irgendwas machen wir verkehrt. Die haben da alle über 20 cm, Bruder. Wenn ich da mein Löhres raushol, Bruder, was ist denn da los, alle? Die lachen mich doch aus. Yeah. Yeah? Can you do a little catwalk for us? Okay, have a nice one. Die Situation, Junge! Wir müssen dazwischen einschreiten. What happened here? Oh my God! Stop it! What happened here? What happened here, man? They're fighting! They hate each other! Are they real fighting? No, no, no. Have you met the Lродomy Crew? What do you mean? Lродomy Crew! What is this? I just have a little dick! We're here! What happened here? We're here! We're here! Nice! Big bang! Ich spür irgendwie eine kleine Spannung. Bro, das war schon lustig. Hab ich enjoyed. War ein gutes Video. Ich glaube, ich fand es auch besser als den ersten Teil. War ein wildes Video.